Hallo und herzlich willkommen beim Seiler Senf. Heute befassen wir uns mit einer Musikrichtung, die vermutlich in Deutschland so umstritten ist wie keine zweite. Volksmusik. Die drei sympathischen Jungs von Barbarie Bavari aus der Oberpfalz veröffentlichen mit Kastplatten mit Musik ihre erste CD und präsentieren darauf 15 lustige, nachdenkliche, unterhaltsame Lieder, die alle ihren ganz eigenen Charme und Charakter haben. Das Ganze passiert in Mundart, auf Oberpfälzisch. Und trotz des Dialektes und der recht patriotischen Farbgebung der CD an sich, muss man keine Angst haben. Denn die Texte handeln bei weitem nicht nur von Schäferstündchen und Bergwiesen, sondern behandeln nahezu jedes Thema, das einem als Musiker oder auch als Musikhörende auf der Seele liegen kann. Liebesgeschichten, Wunschträume, Mord und Totschlag sogar und natürlich der allgegenwärtige Umgang mit fremden Kulturen, was sich vor allen Dingen in Liedern wie Frank Hosen, dem Lieder Bayern Reggae und dem Schwabensong niederschlägt. Da ich weiß, da wir wissen, dass Warner TV auch von Menschen aus den eben genannten Minderheiten angesehen wird, haben wir jetzt ein paar Hörbeispiele ausgesucht, bei denen sich niemand diskriminiert fühlen dürfte. Nimm nicht Lichtschutzfaktor 10, greif lieber ein bisschen in die Tasche und kauf dir Geier eine gute Flasche, weil schlechter Sonnenschutz schützt sehr schlecht, Strahlenschutz stimmt sicher nicht recht. Schweinemäßig schwitzt man schwanzig, stöhnt sich, man steckt ein Fischer, kriegt man schwer zerstört, liegt man Stapel, schruppelt, drum bist sehr geschwächt, ja schlechter Sonnenschutz schützt schlecht. Die CD stellt einen Live-Mitschnitt des Barbaribavari-Programms dar und ist von der Live-Produktion auf jeden Fall gut abgemischt und produziert. Auch die CD ist an sich sehr schön gestaltet. An Stellen, wo das Publikum mitsingt oder mitsingen sollte, hört man manchmal leider nicht so viel, da es vermutlich einfach kein Mikro im Zuschauerraum gab. Aber ansonsten ist die CD auch qualitativ hochwertig. Man sieht, dass da wirklich was investiert wurde. Man sollte sich Barbaribavari auch gerne mal live angucken. Konzerttermine und auch die Möglichkeit, die CD zu bekommen, erfahrt ihr alles auf www.barbaribavari-baribari.de und die Musik eignet sich prinzipiell für jeden, der Mundart, Humor mag, der ein bisschen Selbstironie mitbringt und der vielleicht nicht gerade aus Niederbayern, Schwaben oder Franken kommt. Ansonsten sollte man vorher vielleicht einen Anti-Aggressionskurs belegen und dann geht das schon. Ich hoffe aber, dass sie das nächste Mal kein Ossi-Blues schreiben, ansonsten bin ich auch weg vom Fenster. Ansonsten aber Empfehlung der Woche, Barbaribavari, Karsplatten mit Musik und das war der Seile-Senf. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder mein Senf dazu gebe. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017